Laut der Bestimmung zur Vormundschaft übernimmt hiermit die Familie Holten für zwei Monate das Sorgerecht für Michael Martens. Sind wir wirklich die einzige Familie, zu der er gehen kann? Ach komm schon, Elli, das ist bestimmt doch gar nicht so schlecht. Er wurde schon mal von der Schule geschmissen. Euer neuer Mitbewohner. Der ist mir nicht ganz geheuert. Da stimmt irgendwas nicht bei dem. Ich hab dich gestern beobachtet. Deine Mutter ist tot. Was hast du gesagt? Du kannst echt gut zuschlagen. Ich zieh da mit ein paar Leuten was durch. Hast du morgen Zeit? Wer bist du? Mein Bruder Robert würde dich gerne in unsere Gang aufnehmen. Alle mal hören, übermorgen startet das geplante Ding. Matze ist doch nicht in der Stadt. Verdammt, und wer fährt uns dann? Wir brauchen einen Fahrer. Wir brauchen einen Fahrer. Du hast recht, wir brauchen einen Fahrer. Wir brauchen dich als Fahrer. Was? Aber das müssen wir Jona erzählen. Hör zu, wir müssen jetzt das Richtige tun. Du darfst ihn auf keinen Fall warnen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wäre ich ihn verliebt, würde ich ihn warnen. Und was denkt ihr jetzt so von dir an mir? Was, wenn die Bande heute wirklich einbricht? Dann rufe ich die Polizei und alle werden verhaftet. Aber doch nicht, wenn Niki dabei ist. Auch Gott verzeiht dir alles. Egal, wie oft du sinnigst. Gott verzeiht mir alles. Egal, wie oft ich sinnige. Gut, wenn das so ist. Jetzt entschuldige mich. Gab's noch was oder wart ihr durch? Das war's. Alles geregelt. Alles Paletten.